So, hier waren wir beim letzten Mal stehen geblieben. Wir haben aber keinen Job, warte mal. Haben wir die Szene schon gesehen? Ist das seine Schuld? Ja, klar. Oh, kommen wir an. Of course, but I thought I could help him. I guess it was too late. Don't torture yourself. Look what you've done. I admire what you did. Who else among all these great luminaries of the modern world even raised a finger? No one. You were the only one who tried to do anything. What a waste. What are your plans now? What you mean? For the conference. After the disappearances of both Elizabeth Adams and my mother, and now the death of Mr. Proulou, I should imagine that your guests are all packing their bags. This might come as a bit of a shock to you. Perhaps because it was so difficult to bring all these figures together. But I am convinced that none of them is preparing to leave. Hmm, is this your truth, but that's unruh moralisch? Are you serious? They are all very experienced politicians. And though they are, of course, affected by the situation, they know full well that such an opportunity will not come again for a long, long time, if ever. They each represent their nation, and know full well that what is at stake here is far greater than the death of poor Monsieur Perou. You'll see. I am confident that they will all be ready to resume the conference. If you say so. Allow me to take my leave, please. Of course. You ought to get some rest. Oh, Louis. One more thing, please. I wanted to thank you for your support during the conference. You've made the right choice, and it gives me tremendous satisfaction to have you with me on this project. Hmm, that is the value we're going to lose. That is the value. What is at stake is worth it, my lord? Now, I won't hide from you the fact that I have no idea by what miracle we can ever do. ever get a unanimous vote. Trust me, Louis. We still have a few more cards to play. You'll see. Anything can happen in politics. I'll see you later, my lord. So, wunderbar. So, jetzt kehre zurück auf den Zimmer. Mal wieder. Gehe mal wieder ins Bett. So, ich gucke jetzt aber erst nochmal. Aber ich glaube, die Briefe haben wir alle schon gelesen, wenn ich mich nicht täusche. So, genau. Das ist das mit den Bildern mit den Freimauern. Die haben wir schon. So. Dann gehen wir doch mal ins Bett, weil hier ist ja nichts Neues zum Abkrabbeln. Ich glaube, die kriegen wir immer noch nicht auf. Hmm, which four-letter word could open this chest? Ersten Buchstaben ändern, zweiten Buchstaben ändern. Kann ich irgendwie einen Tipp kriegen? Nö. Kein Tipp. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Ich wüsste jetzt aber auch nicht. Aha. EBA. Zweiten Buchstaben. AB. Dritten. E. Warte mal, Deus vielleicht? Was denn? Ah, nee. Hmm. Hmm, da muss ich mal in Rot drüber nachdenken. Haben wir denn hier irgendwo ein Bild hängen mit vier Buchstaben? Dante geht nicht hin. Inferno ist auch zu lang. Irgendwas an den Bildern. Ich gucke nur mal kurz, ich will jetzt nicht da drei Stunden verbringen. Konnte ich mir dieses Bild angucken? Nein. Dieses geht auch nicht. Hm. Irgendwie komme ich nicht drauf, aber ich möchte jetzt auch nicht hier ewig kombinieren. Deswegen, vielleicht finden wir es bei Gelegenheit noch. Hallo? Ja. So, bin mal gespannt. Ich soll ja immer noch in mein Zimmer gehen, aber ich glaube nicht, dass ich da so schnurstracks hinkomme. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Irgendeiner hält ja mich ja immer auf. Oder? Vielleicht klopft wieder irgendwo. Yes, sir. Your yes is not sufficient. Tell the others for crying out loud. Remember to close my window once you've done my room. This is in Corsica, you know. I'm freezing. Of course, sir. I'll see to it straight away. Good. Proceed. Yes, sir. Ah, ja. Was hat den geritten? Zur Hölle mit der Konferenz? Frei. Excuse me, sir, but given recent events, I find it somewhat cavalier, who turned to your political preoccupation so quickly. Yes, yes, I know, you must find me inhumane, but what can I do? We are here to decide upon the fate of our missions, Louis. It is time you realize, what is at stake here. I hold nothing against Monsieur Peru personally, but what concerns me most right now is to not lose sight of the objective of this meeting. In short, we haven't a minute to lose. I'll leave you now. Just a minute. Okay, mit ihm über Emily springen. Was hat Emily am Abend der Konferenz vor? Was hat Emily am Abend der Konferenz vorgeschlagen? Ah, ich bin wahrscheinlich besser etwas inkonkreter. Can you tell me what Duchess Hillsborough proposed to you on the night of the conference? I wish sure you'd ask me that. Not that I hold the Duchess dear to my heart, but I do nevertheless have some scruples. I have noticed you hovering around her since you arrived, and I only have one piece of advice to give you. Don't forget why she came here. And don't delude yourself. That makes two pieces of advice. Ah, how you love having the last word. Well, I leave you now. See you later, sir. Now, Louis. Time is running short. And as I said, I'm in a hurry. I have to go now. I will see you later. Okay, der ist weg. Man soll also keinem trauen, wie ich das sehe. Monsieur Peru? Was ist mit ihm hier? Sorry, Sir. Aber Sie sind nicht möglich, dass Monsieur Peru's Raum accesses, während wir seine persönlichen Effekte sammeln. Mhm. Na gut. Dann halt nicht. So. Ich musste ja auf jeden Fall an Godoy's Zimmer vorbei. Kann ich da rein? Ja. Geh ich doch mal gucken. An die Tür, klopfen wir klopfen mal. Dann gehen wir rein. Ah. Weiter. Sehr komische Situation. Ich kann nämlich nichts tun. Bin ich jetzt festgebackt? Aha. Aber ich kann jetzt auch nicht rein, oder? Ich kann noch einmal. Okay, mehr gibt's nicht. Tut mir leid. Ich hab gedacht, ich hätte noch eine Chance. Emily. Yes. Louis, ist das du? Yes. Lass mich in. Ich... Ich bin sorry, Louis. Ich fühle mich nicht sehr gut. Ich sehe dich später. Bist du sicher, dass alles alles okay ist? Bist du noch da? Bist du noch da? Okay. Okay. Jetzt war doch hier irgendwo... War das... Ich muss noch mal gucken. War das... Nee, wenn das Godoy war, war das nicht mein Zimmer. Ich muss noch mal gucken. Vorne ist das von Washington. Dann war meins doch hier, oder? Ja. Genau. So. Kehre zurück auf dein Zimmer. Wer wartet auf mich? Ich weiß nicht. Irgendeiner stört immer. Bin ich gespannt. Ah. Mr. President. Yes, I... I just saw your mother. She was accompanied by Emily. And they both went into the Duchess's room. I tried to join them, but I was refused entry. Louis, this does not bode well. Oh shit. Emily might want to avenge your sister. I must act quickly. You're right, Mr. President. Thank you. Aber... Oh Gott, nee. Falsche Richtung. Ich muss zurück zum Zimmer. Die sind ins Zimmer der Herzogin gegangen. Hier geht's ja gut los. Deswegen heißt das Kapitel wahrscheinlich von Angesicht zu Angesicht. So, hier ist die. Da. Versuchen, die Tür zu öffnen. Warte mal, kann ich... Kann ich hier durch ein anderes Zimmer über den Balkon? Warte mal, kann... Wenn ich in das Zimmer von Peru komme... Kann ich vielleicht über den Balkon? Oder so. Hier hat doch bestimmt noch jemand. Da ist doch noch. Guck mal. Das ist doch das Zimmer von Napoleon. Das ist doch das Zimmer von Napoleon. Tür aufbrechen, den Spalt zwischen Tür und Boden betrachten. Den Spalt betrachten. Hm. Schlüssel aus dem Schloss drücken. Ah, ja. Zurück. Magneten. So. Jetzt kann ich doch die Tür aufschließen. Sehr gut. Geht doch. So, jetzt kann ich hier über den Balkon wahrscheinlich. Ach. Da ist zu. Pass auf. Los. Rein da. Jetzt geht's los. Oh, Gott. Oh, Gott. Das ist genug, Emma. Jetzt, Louis ist hier, Sie werden sich selbst verletzt. Cease Ihre Revenge immediately. W- Was? Wenn Sie denken Sie werden... Louis, hilf mir. Ich bitte Sie. Ich kann nicht mehr mit ihr reden. Ich bin Emily. Verhörst du spielen. Ich... Was? Honestly. Nicht so schrecklich. Nein. Ich bin Emily. Du hast dein Zeitpunkt. Louis weiß sehr gut wie zu erzählen uns. Nachdem wir alles zusammengefasst haben, Ach, du ahnst das nicht. Ach, du ahnst das nicht. After all the trouble I've gone through to find you. Go on. What are you waiting for? Here. Louis. Take this. Wait. What's going... An entire life for this. Go on. Shoot. Sorry, Louis. I can't shoot her. She's my sister. I... That's enough, Emma. Louis, out of the way. She's dangerous. Don't trust her. What are you trying to do? Louis, out of the way. I am not Emma. Come on. Louis, tell her who the real Emily is. Wait, I... That's right, Louis. I'm fed up with this little game. Tell him who the real Emily is. Why do these things always happen to me? Well, Louis, come on. You know how to tell us apart, right? Yes, yes, but... Mm-hmm. Ja. The Zwingfester vor mir fragen? Hinter mir fragen. Oh Gott. Kann ich irgendwie was... Kann ich, äh... Okay, da nicht. Ich frag jetzt die vor mir. Wer war bei uns? Was ist meine Tätigkeit? Wer war bei uns? Wer war bei uns? Hm. Ja. Let's speak about my arrival at the manor. Hm. Ich bleib bei der einen. Immunité. Wie hat Mortimer uns willkommen geheißen? Ja. On the night of our arrival, we were warming ourselves in front of the fire. Mortimer welcomed us in a very odd way. What happened? It won't work, Louis. It wasn't Mortimer who welcomed us. It was Sir Gregory. Sorry, Louis. I already told her. Very well. Let's try something else. On the first night, we went up to bed, but I wasn't tired. I went for a little stroll. Ich rede weiter mit der. So. Sind wir uns begegnet. Do you remember if we saw each other that night or not? Not at all. Don't think you're going to get away with this deception so easily. I can assure you, you're going to regret pretending to be me once Louis has exposed you. Right. I don't think I'll get very far like this. I'll have to find something better. Oh, I don't think I'll even wait until he's finished. Take it easy now. Are you mad, Louis? Lower your arm. I better act quickly if I don't want things to get out of hand. Come on. She's putting one over on you. Look at yourself for crying out loud. You were prepared to shoot me down. Oh, je, oh, je, oh. Ja. Mhm. Ich frage immer noch die vor mir. So. Ich glaube, ich kann noch mal hier. Ah, ich habe leider keinen. Ähm, was war da? Kostet mich nichts. Okay, wo befanden wir uns? We found ourselves in an odd situation. You surprised me searching through Mortimer's secret gallery behind the chimney. You were looking for clues about your mother. That's enough! I've had enough of this charade. Louis, there's only one way to tell us apart. There's just one thing I didn't tell her about in detail. Too bad for you, Emma. I didn't want it to come to this, but you leave me no choice. Ask her about you and I. You just lost, Emma. I indeed didn't tell you everything about it. Come, Louis. Speak about our intimacy. Very well. Let's talk about us. Warum haben wir die Nacht gemeinsam verbracht? So, ich habe aber noch einmal das. Last night, you came to visit me and I can't help wondering why. Why did you come to my room? Louis, you must be mistaken. I did not go to your room last night. And that's where your little game ends, Emma. Because I never told you about it. So, there you can't answer. What? No! You didn't do that. I didn't want you to be jealous of Louis. Remember how you always used to react whenever you felt you were competing against a man? You dirty! That's enough. I've had enough of this charade. That's enough. Both of you. Now I know who the real Emily is. Emily steht hinter mir. Ja. Ja! Ja! Oops! Wer steht jetzt da ab? Da geht's ja ab, ey. Okay, hoffentlich habe ich jetzt alles richtig gemacht. Mhm. Habe ich das jetzt geschafft oder nicht? Ah, das war jetzt gar nicht so... Okay. Ich soll meine Mutter in der Krypta treffen. Das heißt, ich gehe durch mein Zimmer zurück. So, jetzt bin ich auch mal gespannt. So, das ist mein Zimmer. Ich muss jetzt erst mal in die Krypta kommen. Ich muss dann wieder in den Garten. Ich muss dann wieder in den Garten. Ich muss dann wieder in den Garten.